Wir schauen uns kurz an, an 1800, Reiche Ernte, das neue DLC. Ja, wir schauen uns hier die Bilder an, es gibt eventuell auch ein Trailer-Video, nur gibt es nicht, sondern nur Fotos, aber ja, schauen wir, ich bin sehr gespannt, Leute. In Silos zu arbeiten gilt in einer modernen Bürowelt als weniger strebenswert, aber draußen zwischen Feldwegen und Scheunen haben diese silbernen Riesen noch einen ganz anderen Stellenwert. Auch wenn das Wort ursprünglich aus dem Griechischen kommt, so ist die Gewohnheit, Getreide in Silos zu lagern, in der Levant, schon vor über 7000, da fehlt ein Wort, Jahren. Da fehlt das Wort Jahren, üblich gewesen. Das heute gängige, moderne Silo dürfte hingegen seinen Ursprung bei einem gewissen Fred Hatch haben, dem es 1876 endgültig gelang, seinen Vater dazu zu überreden, ihn ein Lager für ihr Futtergetreide anlegen zu lassen. Der Überlieferung zur Folge sollen Hatch-Kühe nach dem luxuriösen Winter bald eindrucksvolle Maße angenommen haben und so zum Neidobjekt sämtlicher Nachbarn geworden sein. Okay. Also das ist sozusagen jetzt der Versuch, das historisch irgendwo zu festigen. Kann ich jetzt natürlich nicht sagen, ob das stimmt, aber es klingt auf jeden Fall nachvollziehbar. Sagen wir mal so. Man stelle sich zudem den Effekt vor, den ungefähr zur selben Zeit die ersten transportablen Traktoren hatten, als sie nonchalant über die Felder knatterten und so die seit Jahrtausenden gültigen Regeln der Landwirtschaft untergruben. Egal ob Dampf- oder Benzinbetrieben, die Ergebnisse waren unbestreitbar und eindrucksvoll. Sehr zum Leid von Feldarbeitern wie Jonas und Johanna. Who the fuck is Jonas und Johanna? Who the fucking fuck is Jonas und Johanna? Na gut, schlechte Nachrichten, ihr beiden. Aber jetzt, wo ich meine Zugmaschine habe, gibt es hier keine Arbeit mehr für euch. Ja, das war ein großes Problem bei der Industrialisierung tatsächlich, weil die Dampfmaschinen plötzlich Menschen abgelöst haben zu arbeiten. So wie jetzt wir das erleben, dass Computer und Roboter eben uns Menschen ablösen. Aber es werden immer mehr Menschen auf der Welt, aber immer weniger Arbeit muss von Menschen gemacht werden. Dadurch haben immer weniger Menschen Arbeit so. Deswegen, also bin gespannt, wie das so weitergeht. Das ist, glaube ich, in der Zukunft gesehen auf jeden Fall ein Problem, worüber man sich Gedanken machen muss. Wie schafft man es trotzdem, die Wirtschaft am Laufen zu halten, wenn nicht mehr jeder arbeiten kann, weil es einfach nicht genügend Arbeitsplätze gibt. Und du kannst ja auch keinen Mensch einfach so verhungern lassen, sondern das muss irgendwie jeder Geld haben, weil sonst können ja auch keine Leute einkaufen und die Wirtschaft am Leben halten und so weiter. Ja, das gab es damals auch schon im 19. Jahrhundert. Die Hochzeit der Maschinenstürmer mag vorbei gewesen sein, aber es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass auch der eine oder andere Traktor aufgebracht den ehemaligen Feldarbeiter und zum Opfer fiel. Okay, das ist scheinbar so diese Vorgeschichte. Auch wenn es sich wie eine halbe Ewigkeit anfühlt, sind tatsächlich erst etwas über zwei Monate vergangen, seitdem wir eine zweite Season an Anno 1800 Inhalten angekündigt haben. Höchste Zeit, also... Beistrich, euch alle raus aufs Feld zu schicken, um mehr... Beistrich, um mehr über... Was ist denn hier los, Alter? Wer hat das geschrieben? Lern doch mal Deutsch, Alter. Die sollen mich mal hier als Korrekturleser einstellen, sage ich jetzt mal, gell? Also, Ubisoft, wenn du das siehst, stellt mich ein als Korrekturleser. Über reiche Ernte, unserem zweiten landwirtschaftlich geprägten DLC aus Season 2 zu erfahren. Dabei wollen wir heute nicht nur darüber sprechen, Beistrich, was ihr erwarten könnt, wenn reiche Ernte diesen Sommer erscheint, sondern auch unsere Gedanken während dieser Entwicklung dieser neuen Inhalte erklären. Also, setzt euren Lieblingsstrohhut auf und ab geht es aufs Feld. Ich überlege gerade, habe ich einen Strohhut irgendwo? Ne, aber warte mal, ich hole mal schnell einen Hut. Ich hole mal schnell einen Hut. So! Jetzt habe ich einen Hut auf. Ich bin jetzt der Farmer. Bin geboren auf dem Land und Melke Kühe. Ich kriege keine Frau. Äh, was? Kann man schon rocken, oder? Ja, ich finde, der gehört meinem Mitbewohner, nicht mir. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, dass ich jetzt kurz mal seinen Hut rocke, um hier mehr wie ein Bauer auszusehen. Ja, haut hin, hoffentlich. Schreibt mal eins in den Chat, wenn ihr den Style cool findet. Also, setzt euren Lieblingsstrohhut. Er ist nicht aus Strohhut, sondern aus Filz, aber Lieblingshut ist da. Und ab geht es aufs Feld. Dann schauen wir uns mal das Bild an. Okay, es gibt jetzt also Traktoren. Hier wird angepflanzt irgendwas undefinierbares. Hier auch fett, eine Dampfmaschine am Start. Ist das jetzt ein neues? Also, weil das sieht hier so aus wie eine Farm, wo die Felder dann gepflanzt werden, die aber eben mit Traktoren bewirtschaftet werden. Kartoffeln könnten das sein, ne? Dass es dann also neue Kartoffelfelder gibt, wenn man das DLC verwendet, die dann vielleicht produktiver sind. Nice, okay. Die Windmühlen sind, glaube ich, eh die normalen, oder? Ich habe mir die noch nie so genau angeschaut. Aber es gibt ja auf jeden Fall Traktoren. Brauchen die Sprit, ist die Frage. Die brauchen wahrscheinlich Öl, damit die fahren. Also ich vermute mal, ne, dass die Sprit brauchen, weil hier das sieht ein bisschen aus. Oder ist es nur ein Güllefass? Aber hier vielleicht so Öltankfässer. Könnte ich mir vorstellen, dass die Öl brauchen. Modischer Hut, check. Traktor, check. Los geht's mit dem Farmen. Ja, Hut ist da. Traktor, ja, noch nicht. Wenn ich das DLC habe, dann da. Seit Beginn der Entwicklung war anno 1800 in vielerlei Hinsicht immer ein Spiel zweier Welten. Anfangs bautet ihr pittoreske Bauerndörfer, die wenig von der bald folgenden industriellen Revolution erahnen lassen. Später konstruiert ihr dann Industriegebiete voller schweren Fabriken und Smog, die im Gegenzug die anfänglichen Bauernhäuser positiv altmodisch erscheinen lassen. Dabei handelt es sich natürlich nicht nur um eine optische Evolution, sondern sie schlägt sich dank dem Elektrizitätssystem und der sich daraus ergebenden Möglichkeit, den Fabriken einen ordentlichen Effizienz-Jub zu verpassen, auch spielerisch nieder. Als wir mit der Konzeption einer möglichen Season 2 begonnen haben, Beistrich... Ah, wer hat den Text geschrieben? Ach Gott, ach Gott. ...begonnen haben, war uns sehr schnell klar, dass wir den Farmen eine Art Gegenstück zur Elektrizität... Alter, ich kann nicht mehr... Ich weiß zwar, wo man Beistrich setzt, aber lesen kann ich nicht. Dass wir den Farmen eine Art Gegenstück zur Elektrizität... Elektrizität... Sprachenlernen, Bubble. Dabei würden diese neuen Inhalte ein paar Kriterien erfüllen müssen. Sie müssen optisch ansprechendes Feedback geben. Feedback-Einheiten ist der Name, den wir intern für die vielen Einwohner und Fahrzeuge, die unsere Welt beleben, benutzen. Und sie müssen den Spielern einen guten Anreiz geben, die Anordnungen ihrer Farmen und dazugehörigen Gebäude noch einmal zu überdenken. Die Tetris-artige Suche nach dem optimalen Weg... Beistrich... Gebäude anzuordnen, um das Beste aus dem vorhandenen... Ich glaube, hier kommt auch nochmal ein Beistrich. Bei und kommt normalerweise immer ein Beistrich. Aus dem vorhandenen Winding-Raum zu machen, ist seit jeher ein wichtiger Teil von Anno. Und da gehört dann eben wieder kein Beistrich. Weil beim Und brauchst du keinen Beistrich. Gott, ach Gott. Wer immer das geschrieben hat, ich hoffe... Ubisoft, ihr seht das Video und kontaktiert mich. Und dann lese ich euch gerne Korrektur, weil das ist peinlich. Und dann wieder aufregen, dass wir beim Pisa-Test Scheiße abschneiden. Ja, genau, weil nicht mal Game-Developer noch Deutsch kennen. Arsch. Aber ich finde bei so offiziellen Werbetexten ist immer ganz kritisch. Es sind ja... Es sind nur Beistrichfehler und gut ein Wort vergessen. Aber es ist halt so... Für mich... Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen pingelig, was das betrifft, weil mir das einfach wichtig ist. Aber... Auf mich wirkt das halt wahnsinnig unseriös. So. Ansage an Ubisoft. So, ähm... Wo sind wir stehen geblieben? Und wir geben den Spielern von Zeit zu Zeit gerne Anlass, Beistrich hier noch einmal Hand anzulegen. So viel zu unseren Zielen. Als nächstes wollen wir mal schauen, wie das Ganze... Da könnte man auch einen Beistrich schauen, wie das Ganze in der Praxis funktioniert. Das neue Gameplay in Reiche Ernte besteht aus drei Komponenten. Traktormodulen, Silos und Treibstoff. Ach, Treibstoff. Ich wusste es. Also es gibt Ciampa dann eine eigene Raffinerie, die dann aus Öl Treibstoff herstellt. Dieser Treibstoff muss dann... Ja, ich sehe schon hier. Okay. Ja, okay. Ich... 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 Ich kenne mich schon aus. Fangen wir mit den Traktoren an, die ja schon in den Trailer zu Season 2 zu sehen waren. Wie bekommt ihr sie? Traktoren werden durch den Bau eines Traktormoduls aktiviert, von denen ihr pro Bauernhof eines direkt... Ah... Oha. Okay, okay, okay. Eines direkt an dem Hauptgebäude verbunden anlegen könnt. Das hat mehrere unmittelbare Auswirkungen. Ihr könnt pro Hof 50% mehr Felder anlegen, wodurch ihr seine Produktivität auf 300% steigern könnt. Zudem wird die benötigte Arbeitskraft verringert. Mit anderen Worten, Traktoren erlauben es euch, größere Felder effektiver zu bewirtschaften und das auch noch bei weniger benötigter Handarbeit. Also, das finde ich schon mal sehr cool. Das finde ich schon mal sehr cool. Schauen wir mal hier. Hier sind Silos tatsächlich. Die sind jetzt noch nicht näher beschrieben worden, aber ja, Silos. Ja. Also, die Eisenbahn fährt hier rein. Fuel... 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 Station. Also, das ist so eine... Ja, eigentlich müsste es eine Raffinerie sein, weil direkt Öl kannst du ja nicht rein tanken. Das muss sonst erst irgendwie Benzin oder Diesel daraus machen. Aber das passiert halt hier. Ist hier das Lager. Und dann hat man hier noch irgendwo eine... Ne, da hat man keinen Traktorschuppen. Doch, hier sind Traktorschuppen. Okay. Also, man kann dann bei jedem... Hier ist zum Beispiel die Schweinefarm. Kann man daneben einen Traktorschuppen bauen. Finde ich cool. Finde ich sehr cool. Natürlich wäre es ziemlich langweilig, nur einmal ein solches Modul zu bauen und dann für immer von diesem Boost zu profitieren, was uns zum Thema Treibstoffverbrauch bringt. Hier kommt der Tankhof ins Spiel. Ah, das ist dieses Ding hier. Der, in Klammer wenig überraschend, dafür sorgt, dass euren Traktoren nicht der Treibstoff ausgeht, vorausgesetzt, er wird im Gegenzug per Eisenbahn mit Öl versorgt. Sollte einem Traktor der Treibstoff ausgehen, Beistrich, boah, das ist, äh, alter Schwede, fällt die Farm in präindustrielle Zeiten zurück, wodurch nur die normale Anzahl an Feldern bewirtschaftet wird und wieder mehr manuelle Arbeitskräfte benötigt wird. Hui, ich sehe schon, Micromanagement wird wieder noch ärger. Daher werden Traktoren, ein Begriff, mit dem wir uns alle landwirtschaftlichen Maschinen zusammenfassen, siehe Screenshots, zusammen mit der Dampfmaschine bei 500 Ingenieuren freigeschalten. Macht aber natürlich Sinn, eben Öl und so, das war sowieso mein erster Gedanke im Vorfeld. Das eben hier, die Eisenbahn bringt hier Öl rein, von da aus, das, ich vermute mal, das Ding muss einfach im Umkreis sein, von den Feldern oder so, oder, ah, das, ah, das ist wahrscheinlich wie ein Kraftwerk. Und überall diese Wege sind dann sozusagen angeschlossen, mehr oder weniger, wie beim Kraftwerk und verfügen dann halt über diesen Treibstoff. So könnte ich mir das vorstellen, dass das so gelöst wird. Während unserer ersten internen Playtests kamen wir schnell überein, dass es eine Schande wäre, Beistrich, ach Gott, nur Traktoren auf den Feldern zu haben, ohne ein entsprechendes Gegenstück für die Bauernhöfe mit Tieren. Stimmt. Vorhang auf für die Silo-Module, ah ja, da werden sie beschrieben, von denen ihr ebenfalls eines an jede entsprechende Farm anbauen könnt, um ihre Effektivität auf 200% zu steigern. Ah ja, okay, also im Silo ist dann Nahrung drin gelagert, statt Treibstoff vermutlich Lager, Getreide, ah ja, hier steht, Getreidemais, ja. Ergibt sie ihn. Natürlich wäre es grob fahrlässig, zu versuchen, den Tieren Treibstoff zu... Kuh, trink das Öl und gib Benzin. Stell dir vor, eine Kuh hätte in ihrem Magen so eine Raffineriefunktion, würde Öl trinken und dann würde so Benzin drücken. Stattdessen hat jede Session ein eigenes Gut, das von den Silos verbraucht wird und das dorthin transportiert werden muss. Getreide für die alte Welt, wie ich gedacht habe, Mais für die neue Welt und im Land der Löö, oh. Da hätten wir fast was verraten. Sagen wir fürs Erste einfach, dass Traktoren und Silos sämtliche Regionen, in denen Farmen gebaut werden können, verfügbar sind. Sorry Arctis, dafür habt ihr Huskies. Hier auch nochmal ein Feld. Ah, das ist die neue Welt, ich sehe schon. Auch Traktoren in der neuen Welt. Uh, Backsteinmauern. Uh, das wird geil. Oh mein Gott, Leute, Backsteinmauern. Wow, endlich. Das wird so cool, wenn ich dann mal wirklich so schön bauen möchte. Alter, geil. Oh mein Gott, Backsteinmauern, Beste. Alter, richtig gut. All diese Boosts führen natürlich dazu, dass wesentlich mehr Güter produziert werden können, die auch gelagert werden sollen. Deshalb spendieren wir allen Kontoren und Lagerhäusern eine weitere Upgrade-Stufe. Oh. Um ihnen mehr Lagerraum und Laderampen zu geben. In den Sessions der alten Welt von Stufe 3 auf 4, in der neuen Welt von Stufe 2 auf 3. Noch besser. Diese neuen Upgrades sind für alle Spieler kostenlos als Teil von Game Update 8. Das finde ich auch gut, weil unsere Häfen sind alle schon so komplett voll gebaut mit diesen Lagerhäusern. Wir haben keinen Platz mehr für Lagerhäuser. Zusätzlich können Käufer des DLCs auch ihre Ölhäfen verbessern, um der Nachfrage ihrer Tankhöfe gerecht zu werden. Finde ich auch gut. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was tun, wenn dann zu wenig Öl ist? Das war es auf der spielerischen Seite, aber wir haben noch mehr. Als wir im Dezember unseren ersten kosmetischen DLC, das Weiharnspaket, veröffentlicht haben, haben sich viele von euch nach Alltäglichen Ornamenten gefragt. Das haben wir eh schon gelesen im letzten Ding. Da reiche Ernte ein sehr systemischer DLC ist, aber weniger neue Assets enthält. Beistrich haben wir gedacht, dass es die perfekte Gelegenheit ist, einige dieser von euch gewünschten Ornamente ins Spiel zu bringen, wie zum Beispiel Heuballen oder Mauern. Oh, Heuballen. Leute, das wird gut. Alles in allem wird reiche Ernte mehr als 30 neue Ornamente beinhalten, die ihren Fokus auf landwirtschaftliche und industrielle Themen, darunter verschiedene Mauern und Zaunteile. Wir freuen uns schon sehr darauf, eure Screenshots bewundern zu dürfen. Okay, das ist diese Mauer. Das sieht ja hammer gut aus. Dann hier diese so Rollsplit oder so für den Winter, keine Ahnung. Dann hier eine niedrigere Mauer. Oh, das sieht geil aus. Dann, was gibt es hier noch? Eben so niedrige Mauern, das finde ich richtig schön. Dann hier wirklich so Lagerplatz mäßig. Dann so kleine Bauschuppen oder so Dings. Dann, oh, hier so eine Fußgängerübergang, damit unten die Karren durchfallen können und die Arbeiter oben drüber gehen können. Rohre liegen rum, Kisten liegen rum. Das kann man dann alles so setzen und bauen. Oh, das wird geil. Dann sieht es, das sieht viel industrieller gleich aus. Und hier rein so. Geil. Das gefällt mir. Leute, das gefällt mir. Ich schaue gerade, gibt es irgendwo. Ah ja, das dürfen die Heuballen sein hier. Hier Wegweiser, auch sehr schön. Wow. Zudem gibt es mit reicher Ernte noch sechs neue Ubisoft Club Herausforderungen, um euer Farmtalent zu testen. Und natürlich gibt es auch immer wieder neue Belohnungen, in die ihr eure hart verdienten Punkte investieren könnt. Allerdings nehmen sie dieses Mal eine etwas andere Form an, nämlich die von Schiffsskins. Neue Schiffsskins. Viele von euch, äh, viele von euch, hä, da ist ja auch ein Fehler. Viele von euch haben schon, viele von euch haben schon lange nach mehr Abwechslung bei den Schiffen gefragt. Alter, das, das, wer hat das, das hat niemand Korrektur gelesen, Alter. Ich meine, klar, wenn man schnell tippt, es passieren Fehler, das ist ganz normal. Auch Beistrichfehler passieren sehr häufig, wenn man einfach nur tippt. Aber deswegen geht man ja hin und liest einen Text nochmal durch, bevor man ihn veröffentlicht. Ach, Ubisoft, ei, ei, ei. Weshalb ihr mit den Herausforderungen neue Skins für den Kohledampfer und Schlachtkreuzer. Yes, Schlachtkreuzer. Das Beste daran, ihr könnt diese Skins während der laufenden Spiele nutzen, da ihr ab sofort für jedes dieser Schiffe individuell die Skins auswählen könnt. Und da wir diese Funktionalität schon ins Spiel einbauen wollen, äh, einbauen, Beistrich, da kann man nicht lesen, wollen wir euch natürlich auch beim Flaggschiff und beim Zug jederzeit die Chance geben, euch für das imperiale Aussehen zu entscheiden. Sehr geil. Nach so vielen guten Nachrichten müssen wir die Freude jetzt leider etwas trüben, denn reiche Ernte wird nicht wie zuvor angekündigt im Sommer erscheinen. Es stellt sich heraus, dass der Sommer streng genommen erst am 20. Juni beginnt, aber reiche Ernte schon am 2. Juni erscheint. Ah, wie geil. Okay, sie droppen es sogar früher. Dann ist es bald soweit, 20. Juni, das ist nicht mal mehr ein Monat. Ich habe sowieso den Season 2 Pass, deswegen kriegen wir es automatisch. Joa, das war's. Schlussfazit, im Moment fokussiere ich mich ja in meiner Stadt eher auf wirklich jetzt Städtebau, Prunkbau. Da haben jetzt diese Bauernfelder eher weniger verloren, aber ich möchte irgendwann mal eine relativ organische Weltinsel bauen, wo wirklich auf einer Insel alles ist. Also wirklich Bauern, Industrie und so Viertel und dies und das und Felder und vielleicht so einzelne Dörfer und nicht alles nur eine Stadt ist. Also das könnte ich mir auf Kap Triloni ganz gut vorstellen. Da machen die Dinger hier auf jeden Fall extrem Sinn. Natürlich auch, um die Produktivität zu steigern, macht es natürlich Sinn, dass man halt, um seine Einwohner irgendwie bei Laune zu halten, hier die Felder nochmal extra ein bisschen boostet. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal.